Und weiter geht's. Oh mein Gott, komm da noch mal raus man, komm da noch mal raus gekrochelt, ach. Gott, ich bin so schlecht im Snipern. Ich seh jetzt etwa ne Dings, komm da noch mal raus, ach, ich seh nix, oh mein Gott. Komm da raus, komm da raus, komm da raus, es gibt nur noch drei Schuss, Alter, das ist doch scheiße. Nein. Nein. Keine Energie mehr, maaan, Hilfe. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, aber ist mir egal. Wow. Zoom. War ich leck. Leck mir mal. Was mein jetzt? Was mein jetzt? Was mein jetzt? Ah, ich hab ne Idee. Ich wollte eh was anderes machen, Beitrittsübersicht. Dann gehen wir mal nach, oh, was ist denn das? Ist ja nice. Ist ja ein Panzer. Dann werden wir uns jetzt erstmal Bay holen. Dann kommen wir ab. Alle Krähe, ich geh weg. Was up? Was up? Was up? Was up? Was up? Was up? Oh man, ich brenne. Oh, ich bin fast tot. Ach mein Gott, alter, schöne Panzerfaust gekriegt und hat's mir was gebracht. Einfach mal gar nichts. Äh, Panzerfaust sag ich schon. Ein Panzer. Dann nehme ich jetzt sowas, jetzt werde ich erstmal wenigstens ein paar Flugzeuge runterholen oder wenigstens versuchen runterzuholen. Oh man. Ah. See, Junge, jetzt aber runter, oh mein Gott. So. Und da kommt doch schon das nächste Opfer angeflogen. So, warte mal, da kommt nämlich jetzt ein Flieger, glaube ich. So. 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 So, jetzt werden wir uns mal hier hinhocken. Die haben schon wieder die Flak am Startpunkt stehen lassen, das ist unglaublich. Ich verstehe es nicht, manche Leute hier, die sind mir wirklich total suspekt. Eine Flak steht da hinten, eine Flak steht da hinten, total sinnlos, statt die wenigstens in der Flak steht da hinten. Nein. Okay, scheißegal. Ich versuche mal hier durchzufahren. Oh nein, der Graben ist zu tief, oder? Nein, der Graben fehlt. Okay, ist egal, auch wenn wir sterben, fangen wir da jetzt rein. Wir haben nur noch die Hälfte unserer Truppen. Ah, schade Junge, ich habe nur gerade mein Geschütz gedreht. Ein bisschen zu lame. Okay, wir machen es mal anders. So, jetzt muss ich ihn nochmal hinten hin. So, wo haben wir denn jetzt... Und auch dieses Geschütz, was bringt es, dass es hier steht? Hier, an dieser Stelle, hier an dieser Stelle bringt es einem gar nichts. Verdammt! Hier sind überall Bäume! An dieser Stelle bringt mir das nichts. Wow, toll, ist ja nice. Ich kann also mit diesem Geschütz hier, ja, in diesen Tunnel da reinschießen, wenn ich ihn sehen würde. war erlich nicht verschicke, denn ich weiß es nicht so, wenn ich nor eine Fische bez passe bin. Draht, PunktICK, Punkt möj auch immer mal dafür, was ich بن w difference? W interactions wie Verl Comic wegen hat. Genau, voll genau! Ja, da können wir fliegt. Hm, na ja. Der Fick kann ich auf gar nichts schießen. Das nervt. Ja, nein. Okay.